Das hier ist ein iPhone 14 Pro, wenn es ganz frisch aus der Verpackung kommt. Es glänzt, es strahlt und es ist makellos. Das Display ist glasklar und die polierten Edelstahlseiten der Pro-Modelle versprechen puren Smartphone-Luxus. Und für einen Einstiegspreis von 1200 Euro für so ein Pro-Modell erwartet man natürlich auch beste Qualität. Zum Beispiel hohe Bruchfestigkeit oder sehr kratzresistentes Glas. Versprechen soll das Ceramic Shield, ein besonders hartes Displayglas. Ich wollte unbedingt wissen, wie sieht so ein Ceramic Shield Display eigentlich nach einem Jahr Smartphone-Gebrauch aus? Naja, und es hat gar kein Jahr gedauert, denn erschreckenderweise muss ich sagen, die ersten Gebrauchsspuren gab es schon deutlich eher. Und deswegen zeige ich euch jetzt nach sechs Monaten, wie mein iPhone 14 Pro aussieht. Jetzt geht's los. Vorweg, wir haben extra auf einen Sponsor für dieses Video verzichtet. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es bei dem Thema ein leichtes gewesen wäre, irgendeinen Case-Hersteller zu placen. Aber wir wollten nun mal zu keinem Zeitpunkt den Eindruck erwecken, dass wir hier extra ein Smartphone zerstört haben oder zerkratzt haben, um am Ende ein Schutzprodukt zu bewerben. Das iPhone, das ihr hier gleich im Detail sehen werdet, wurde über ein halbes Jahr lang sachgemäß genutzt und zu keiner Zeit mit Absicht harten, scharfen oder spitzen Gegenständen ausgesetzt. Hm, aber eigentlich sollte Ceramic Shield doch genau damit überhaupt kein Problem haben, oder? Aber was genau ist Ceramic Shield eigentlich? Ceramic Shield ist erstmal ein netter Marketingbegriff von Apple. Entwickelt wurde das Spezialglas nämlich eigentlich von US-Hersteller Corning. Die machen beispielsweise auch das Corning Gorilla Glass. Das kam erstmals 2007 zum Einsatz und wurde dann mit den Jahren immer weiter verbessert. Auch Google oder Samsung setzen in neuen Geräten auf Gorilla Glass Victus bzw. Victus Glass 2, welches damit nach Gorilla Glass 6 die numerische Reihenfolge beendet. Im Endeffekt kann man sagen, dass das Glas bei Corning im Laufe der Jahre immer kratzt, aber vor allem bruchfester wurde. Interessanter Side-Fact, in der ehemaligen DDR gab es eine Marke, die nannte sich Superfest und die haben nach einem ähnlichen Verfahren wie Corning besonders bruchfeste Trinkgläser hergestellt. Bei Ceramic Shield läuft es aber ein bisschen anders ab. Runtergebrochen ist es ein spezielles Verfahren, bei der das Glas unter höchsten Temperaturen mit Nanokeramik-Kristallen durchsetzt wird. Im Prinzip setzt Corning bzw. Apple auf Glaskeramik. Im Smartphone liegt die dünne Glaskeramik-Schicht natürlich ganz oben. Die Basis, das eigentliche Display, wird von einer dickeren Glasschicht geschützt. Darauf befindet sich eine Trägerfolie, die mit Hilfe von Sensoren unsere Touch-Eingaben erkennt. Erst darauf folgt eine weitere Glasschicht, die aber, um unsere Eingaben erkennen zu können, recht dünn sein muss. Daher kommt hier eben eine besonders bruchsichere Variante zum Einsatz. Auf YouTube gab es bereits diverse Tests, die das neue Ceramic Shield, das erstmals im iPhone 12 zum Einsatz kam, auf die Probe stellte. Dabei konnte tatsächlich ein ordentlicher Unterschied zum im iPhone 11 verbauten Glas bescheinigt werden. Eines sind diese ganzen Smartphone-Brecher-Videos allerdings nicht realitäts- oder alltagsnah. Denn ich habe hier nie mit einem Schlüssel oder mit einem Messer drauf rumgescratcht. Und trotzdem sieht das Display mittlerweile so aus. Okay, das könnt ihr von da wahrscheinlich nicht sehen. Daher macht es wohl Sinn, wenn wir uns das Ganze mal etwas vergrößert ansehen. Und da braucht man jetzt gar nicht so lange hinschauen, um erste Abschürfungen und Kratzer zu entdecken. Leider zieht sich das auch wirklich über das gesamte Display. Und genau das, also das, was ihr jetzt hier gerade seht, ist Apples Ceramic Shield. Erstaunlicherweise ist die Rückseite deutlich weniger beschädigt. Und das, obwohl hier gar kein Ceramic Shield verbaut wurde. Und bis letzte Woche war die Rückseite auch wirklich noch makellos, bis ich mir dann aus unerklärlichen Gründen diesen rund zweieinhalb Zentimeter langen Kratzer eingefangen habe, den man noch nicht mehr erfüllen kann. Gespannt war ich aber auch auf den polierten Edelstahlrand beim iPhone 14 Pro. Und hier war ich wirklich überrascht, denn trotz Hochglanzoberfläche kann man nur sehr wenige Kratzer erkennen. In einem bestimmten Einfallswinkel sieht man die schon deutlicher. Für die Kamera war das aber so gut wie gar nicht einzufangen. Um es hätte besser zeigen zu können, hätten es schlichtweg mehr und größere Kratzer sein müssen. Lediglich an der oberen Kante über der Kamera. Auf der Rückseite ist eine unschöne Macke deutlich zu erkennen. Aber ganz ehrlich, man sieht sie auch jetzt hier in Realität so gut wie gar nicht. Und wenn dann nur unter einem ganz bestimmten Lichteinfall. Es ist kein Vergleich zu den Kratzern hier vorne im Ceramic Shield Display. Von daher, es könnte auch am dunklen Rahmen liegen. Falls ihr also ein iPhone mit silbernem Edelstahlrahmen habt, dann könnt ihr eure Erfahrungen ja gerne mal in den Kommentaren teilen. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist das Glas der Kameraninsen. Dieses kommt in seinem Mischverhältnis sehr nah an Saphirglas heran. Tatsächlich kann ich hier aber keinen einzigen Kratzer finden, obwohl die Linsen ja, wenn das iPhone auf dem Rücken liegt, direkten Kontakt zum Untergrund aufweisen. Also, wie mein iPhone jetzt nach einem halben Jahr Nutzung aussieht, das wisst ihr jetzt. Und das bringt mich zu meinem Fazit. Generell ist das in Smartphones verbaute Glas mit den Jahren immer härter und resistenter gegen Kratzer geworden. Allerdings tragen mir solche Bezeichnungen wie Ceramic Shield doch etwas zu sehr auf. Es hört sich einfach so an, als wäre das iPhone unzerstörbar. Und davon sind wir wirklich noch ganz weit entfernt. Ceramic Shield soll das Glas vor allem gegen Stürzemesser schützen. Trotzdem vermittelt der Name auch darüber hinaus das Gefühl, gegen Kratzer geschützt zu sein. Da dem anscheinend nicht so ist, sollte seitens Apple transparenter darauf hingewiesen werden. Stattdessen verwenden sie immer wieder Begriffe wie chirurgische Qualität, Raumfahrtqualität oder eben Ceramic Shield, die den Eindruck erwecken, dieses Glas ist nur wirklich schwer zu beschädigen. Fairerweise muss ich aber nochmal sagen, Probleme mit Glas gibt es eben bei allen Herstellern. Zum Beispiel muss sich auch Samsung aktuell dafür rechtfertigen, dass das neueste S23 Ultra Schönheitsfehler, wie sie es nennen, an Displayrändern aufweisen. Von Produktionsfehlern will man hier aber nicht sprechen. Auch Google reagiert ebenfalls nicht besonders kundenfreundlich in Bezug auf zahlreiche gebrochene Kameragläser im aktuellen Pixel 7. Da der Fehler erst jetzt auftritt, geht man davon aus, dass die gesprungenen Gläser an den niedrigen Temperaturen liegen könnten. Von der Garantie ist dieser Fehler aber momentan aufgenommen. Solche Verarbeitungsfehler weist das iPhone tatsächlich nicht auf, das muss man sagen. Aber gegen Kratzer kann auch Ceramic Shield nichts ausrichten. Wer keine Kratzer möchte, der muss es eben mit einer Schutzfolie oder einem Case versuchen. Und ich weiß, hier scheiden sich die Geister, da eben das Design des Smartphones verändert wird. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren verraten, in welchem Team ihr mitspielt. Ich kann mir vorstellen, die Meinungen gehen hier sehr weit auseinander. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video. Checkt hier auf der Seite gerne nochmal unsere letzten Videos aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.